Nein, 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 nicht weiter. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. 1, 2, 1, 2, 1, 2, check it out, check it out, check it out. Es ist schon ein bisschen später, aber haben es jetzt 0,59. Und sie ist ganz rot. Oh, guck mal, ich bin ganz froh. Okay. Also die Sinne ist cool. Ey, yo. Was ist die Lode? Was geht. Komm an hier ran. Hey, yo. Ich geh mal ran her. Jung den Roman an den Platz. Gab mal in die? So. Pass's aber nicht ... Anruf dich an. Oh. Steht ins Ohr, oder? Ein bisschen war wirklich nur. Ey, wo ihr Gott seid. Und hier kommt die Warriors Um, 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 um Warriors Warriors Komm und trip Warriors Warriors We, 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 Warriors We, 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 Warriors We, we, Warriors Uh, ha, ha, ha Warriors We fight for life Fight statistic wear We fight for life Never give it up Cause, we the, hearts Yeah, we the, smartphones You serve us You, bad, dog Oh, we commit Bradley And does The, predators Ga Just ass Warriors We, 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 Warriors We, we, Warriors We don't give a buck dollar And no more Warriors Ich gucke mal was hier passiert. 11.2 I'm not a liar, I'm a crier, srier, desire, oh sing like yo, I'm superstar, like who, Mariah, carry, so I'm carry, I'm carry, my weight, my pain, over, my back, my back, and I'm like Jesus, I'm through the way, yeah, through the G.O.D., I'm through the way, I'm through, through, through the way, I'm going through the way, through G.O.D., ain't me, I'm Jesus Christ. Follow up, and I'm a warrior, I'm talking the truth for real, I'm a nigga, nothing here, he's so fake, fake, so fake like yo, shit, shit, be fake, me keep me going my way, do it, pray all day, yeah, moving through the beat like nobody else do before, you know my flow is hard to the core, core, hardcore, you know I flow to the spit a bit, still I can't no more. Time, time, goodbye, me through, oh yeah, oh yeah, for reala, nickname, I'm party for reala, I'm a straight killer, killer on the M.I.C., killer on the party, eh, give me some more drink, bitch, I need it more. Wanna be high, higher, desire warrior, I'm a warrior, warrior, motherfucker, I'm a warrior, warrior, motherfucker, I'm a warrior till I get no more. und ich unterstütze die Gap-Fly-D bass! und ich unterstütze die Gapf! Und ich unterstütze die Gapf! Ich unterstütze die Gapf! Ja! Und dumm auf der Dump! Flick-Flo so strong! Ja! Der Quat hat mir Ach, Mann, drei Sekunden. Mann! Mann! Ohne das, was danach kommt. Oh, ja, ich wohne wieder vorne. Ich hab's gleich hier. Madame. Hey, Mann. Mann? Jo, Mann. War das nicht hier, äh... Ach, nee, das war No Man? Ach, keine Ahnung. Ey, das ist total geil. Schon zu getan, das müssen wir sehen. Ich weiß nicht. Wissen? Sehr schön. Ich tanz da noch mal. Ich will mehr als das. Will mehr als dies. Will alles, was auf der Welt gibt. Ich will mehr für dies. Mehr für mich. Mehr für dich. Alles auf der Welt. Ich will mehr, alles mehr. Oh, yeah. Gib mir mehr, gib mir mehr. Wir wollen uns mehr. Wir wollen uns mehr. Wir wollen uns mehr. Party, mach. Party. Wir wollen Party, bisschen geht nicht mehr. Weil normal, ich bin Party, bisschen geht nicht mehr. Ja, nenn mich Superman. Nenn mich anywhere. Weil ich überall bin. Party, Party, Party. Party ist mein Lieblingsbeschäftigung. Deswegen bin ich am Main. So herzlos. 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 Ja. 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 aus meiner페цose Jemand von Zum give me the video again Let's play on no Yo Keep the beans in the microphone Yo Dylan 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 Keep the beans in the microphone Dylan 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 Yo Get it Got it Make it profit You know my steele Hero like El Pacino erst mal fellow so happy power that will own you yes live it would yield a lot of this yes everything is nice and nice too so let me move all they mean there we go do stuff yeah yes like spider-man Yeah, X-Men, Triple Benz, Mic Check, 1, 2, Bang, you know my Steelo, I'm in the mic again, yeah, hero, hero, you know I'm X-Nero, 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 X-Nero, I'm 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 X-Nero, I Das war's für heute. Das war's für heute. I can't do that, I can't do that, I'm a hustler, gangster Pinchornik Boom, bang, bang Ich dance with the D Yes, Vitafiorio Yeah, ey yo, I love NRW Are you ready? Motherfucker, time to realize who is it Make it a little bit louder Was steht auf dem Ruhm? A little bit louder, please. Turn a little bit louder. A little bit louder. Yeah, man. This sucker's got to know, man. I'm about to take over the game once again, man. Turn a little bit louder, man. A little bit louder. Sorry, someone's sleeping tonight. Yeah, I'm sorry, man. But let me... They cannot do Omega. Moving on night. All night's all right. Moving on night. Don't rock all night. Moving on night. My gloves all night. Living off all right. You know, I'm tight. Got my toes on. My toes on. Yeah, got my gloves on. Ready to curveball. Let my feet flow. I get hot. My, my fist flow. Yeah, I got back and let it go. I pop back and let it flow. Inside the car. Drop, pop, pop, pop. Drop, pop. This is how I do it with my AK-47. Yeah, you go to the oven. Send your ass to the oven. Leave you there for more. More than 10 times. More than me times. Because I'm an angel two times. Three times. Ay, come true. Re-time. Re-rhyme. Yeah, me pop. More rhymes. Take it to the pop. Because I'm a rat-rhyme. Ah. World war. Where we at? I'll call me true shit like a fucking... I forgot the word. Nobody came for it. Ain't fruit like me. Me flow with dirt like me. Me do dirt like this. Oh, make it happen. Don't stop through the beat. Let's rock and roll like what the fuck. Let's rock and roll like nobody else did before. Your niggas know my steelo. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. You know my steelo. Good. Get it, get it. Let me go, drop it. Don't be scared. Blabber, get your profit. Get your profit. Get it, get it. Let me go, drop it. Try it. Yeah, thank you. Get your profit. Get it, get it, get it, get it. Don't be scared, play it, get your profit. Yeah. Now we go on the line. Yo, yo, yo. Can't you put a bank, how can't you put a bank? Es ist ein dieses Mal. Jaaa! Hey, jetzt habe ich die Kamera. Jetzt habe ich die Kamera. Nicht, ich wollte nur das Gerät sprechen. Ich wollte es immer wieder zu rät, ich kann es nicht rät sein, ich muss es nicht rät sein. Ich muss es mehr machen. Ich will es mehr. Ja! Ja, ich weiß nicht mehr, dass ich weiß. Jetzt ist es ein Moment. Ich weiß nicht mehr. Ich war nicht auf meine Richtung für einen Moment. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Das sieht gut aus. Ja, das ist Lugnacht. Ja, das ist Lugnacht. Lugnacht. Das ist Lugnacht. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 1.11. 2.00. 4.00. 2.11. So, I got a lot more soul about drugs. They make me feel good. What kind of drugs? What type of drugs? What kind? Especially Mary Jane. The ones that grow in your own garden are the best drugs you can take in a tea, in a smoking tea. In a tea with a smoking tea. Really? Could you do a last one that won Mary Jane? I'm sorry, we called it straight. I didn't understand what you were saying, but I just said it. I'm sorry, but what I said, man, I just said nothing. I remember, you just haven't seen me that far back. I'm back. Now you have the right one. There's a plane you can catch. I got you. It's so cool. I found it. In Newtown. I have it already, man. You got in Newtown. You make me laugh, man. Come on, you have to laugh. It's my job. Ma'am. It's my job. Ma'am. It's your job. It's a nice job. It's a nice job. It's a nice job. Oh, yeah. I do the same. This looks so nice. You can share everything with us. This looks so nice. You go fast. Miami. 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 Do you know Rain Man? Dustin Hoffman playing Rain Man? Miami. What is Rain Man? I always have in my head if I feel sad. Could you put Fatal Fury? Fatal Fury. Can you put this alone? You are forcing animal. Wolf and Raven. Oh, who was that? I love Wolf and Raven. I love Wolf and Raven. I love Wolf and Raven. Wolf, I'm Wolf. You're the Raven. Oh, for Emma. The Rain Man. You're the Rain Man. The Wolf, you're the Rain Man. Hey, come on. Turn on the beat. Come on. Come on. Come on, man. Give it a chance. Give it a chance. Time travel. Time travel. It's nice. Now I'm going to pop my hair wheel in the last moment. Before we met, I watched Knight Rider in the woods. They were axing the trees. And... And... What are you talking about? We don't talk. We don't talk. What is selling? In English? Sold it the half price. To the ancestral house. It's here. Ah. There was a scene when a lot of tree-stammer rolled down the hill and graved... ...kid under it. And the kid had a button and the Micah Knight pushed the button and... ...and then the car began to shake. And so the tree-stammer? Yeah. Yeah, I can't cool. I can't tell you. We're driving cars. It's so cool. Yeah. It feels like I'm driving myself. It's so cute. You know what I'm joking about. Yeah. 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 But we don't have to go. We're doing it. We just watch this. I've seen my brother on the train. I've seen the train. And then he jumped. It's so nice. Yeah. I want to train now too. I don't want to. I don't want to. I want to train now too. I want to train now too. Can the other ones you want to play? That's the hell. That's the hell. That's the hell. Cool, right? That's so nice. I love it. I love it. I love this music. Since Wave is your god. No? This was my line. Since Wave is your goddess. Your god. Yeah. It's a single one. It's a single god. Making Kawa and his team. Just doing what's born in the 80s and wanna be... Wants to be seen. Just wants to be seen and recognized. Not much more. Not much more what? I saw her doing something wrong. So I showed my wrong love. Is that the real one? My wrong love. Express. To the wrong one. To the wrong one. With a... What are my clothes? Clips. How should we show this? And now your style? Want to... Have a good one. Das war's für heute. 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 Wenn du mir auch eine Gef spurten tun willst, geh mal bitte anscheinend. Ja, na ja. Gerne. Darf ich erstmal einen Splitter rausholen. Ja, klar. Ding, ding. Ding, ding, ding. Du kannst noch was sagen. Ja, das war's. Ja, sie sagte es auch noch. Lass dir das auf mich klauen. Was denn? Ich sage was. Gerellt. Ich sage. Magst du mir vielleicht akustisch ein bisschen Unterhaltung bieten, während ich versuche, den Malheur wieder zu beheben, indem du mir einfach erzählst, was jetzt das Problem an der ganzen Geschichte ist und wer involviert ist und was geschah und was geschehen ist und was dann? Das Problem ist, dass eine Person, die immer sehr wichtig ist, in der Kirche, die hat nur Musik auf... Ja, es geht um diesen grünen Stick, den ich heute da oben gesehen hatte, der auf deiner Bibel lag. Ist ja in Ordnung, ich weiß, worum es geht. Und was ist denn dann weiter passiert? Werden wir uns ja dann nur noch schmeißig. Genau, ich erinnere mich, ich erinnere... Stopp, 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 ich möchte auch was sagen dürfen. Es geht nicht mehr um die Idee, ja? Es geht nicht mehr um das Handy. Bevor ich um 16 Uhr noch was euch verlassen hatte. Ja. Als ich wiederkehrte, war ich keine Mitte. War das nach 16 Uhr? Das war, als ich unterwegs war, ne? Weil, muss ja so gewesen sein. Nein. Ich glaube schon, wenn man zwischendurch noch andere ist. Ich hab von dir geträumt. Ja. Ehrlich? Ja. Magst du es mir sofort erzählen oder später? Hm? Hm? Das ist wahrscheinlich. Nee. Erzähl mir den Traum. Das ist vielleicht, wisst ihr, irgendwie schöner wäre, würde ich mir hier einen Splitter rauslegen. Oh, ist ja der da auch? Wäre das vielleicht das Problem? Ich würde einfach mal sagen, lieber Gerald, ich weiß, ich weiß, ab wann. Nee. Ich weiß, ab wann Hans wach ist und ab wann du den stören darfst. Ich bin heute überhaupt nicht lieb. Wärter, Herr Saling, möchten Sie eventuell... Oh, ist meine Brüner? Ja. Ich mach mal ihn auf Christian Kühne. Ähm, Herr Saling... Ohlala, bist du einpersüchtig? Nee, überhaupt nicht. Ein bisschen? Vielleicht? Ich mach Ironie nicht aus Spaß. Und... Ohlala, hast du dir gut gemerkt, ey. Ohlala. Ja, ich übe mich darin, sehr korrekt zu bleiben. Kann ja jeder auf der Couch sitzen, ja? Pff, Respekt ist ne feine Sache. Respekt ist cool. Ich bin jetzt gerade in Rio de Janeiro. Oh ja. Die Täter und Schürzen, die hab ich in Neustadt rausgezogen. Guck mal, das geht so lang, ne? Ey, darf ich mich umziehen? Ich mach mich mal kurz, äh, guck mal weg. Hier ist zwar ein Spiegel, aber das ist mir jetzt egal. Ich mach FKK. Ich mach FKK. 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 Ich mach jetzt mal Elo. Ich mach jetzt mal Elof. Ohlala. 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 Nicht so laut. Ohlala. Die sollen die Leute schwirren. Ja. Also... Das ist nicht neidlich. Jo. Ist man halt auf jeden Fall Neid. Michael Neid, ne? So Neidriver. Das war aber wirklich wichtig, was auf Physik ist. Bei uns ist Neid. Aber wir sind die Tulzinger. Und im englischsprachigen Raum, ist das ein Ritter? Was ist der Ritter? Was macht der Ritter? Weißt du, ich weiß nicht, was sind denn Ritter? Knallt. 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 Beschweig, das ist nicht benehmender Krieger? Noch mit Anstand? Oder eher mit Nungangsform? Ja nicht. Winesflix? Ansonsten. Das könnte ein Ritter sein, meinst du nicht auch? Hans, ich weiß nicht, das kann ich auch mal fragen. Aber der schläft gerade, der träumt gerade davon. Ja, doch dann tritt. Kannst du ihn mal fragen, ob er das zurückgeben kann? Kannst du bitte selber machen, ab 4 Uhr? Speicherst du das mal oben ab bei dir, ab 4 Uhr, dann stellen wir uns den Weggang halt weg. Und ab 4 Uhr kannst du mit ihm selbst sprechen, aber in einem respektvollen Umgangston, wenn ich bitte. Ach so, ich habe riesig zu Hause. Ja, das Ding hast du vielleicht da irgendwo vergessen, wie es immer ist, weil du besoffen warst und weil du dich wieder erwischt erinnerst. Ja, jetzt hören wir ihn mir mal zu, ich kenne dich schon ein paar Jahre, Freundchen. Jetzt wackeln dich mit dem Kopf. Freundchen. Freundchen, ja, Freundchen. Wenn man sagt, die Trockenhunde bellen, aber wenn man sagt, Mann, das kannst du doch nicht verstehen lassen. Jetzt hör auf, hier rum zu brüllen, sonst mache ich hier auch eben auf, ich werfe mir das. Ey, ne, so. Ja, ich will es. Ich habe die Bodyguard gemacht. Und du bist eine coole Waage, weil nämlich Ronny war genauso besoffen wie du immer. Und deshalb ist das passiert, was im Tanz passiert ist, dass ich denen die Schramme da oben, die Harry-Botter-Schramme habe ich denen verpasst. Ja, ich gewollte Mord. Na, willst du, was ich mache? Ich komme, ich fahre mit dem Moped. Fahre ich jetzt. Klaue ihm, was du willst. Ey, jetzt zur Polizei und du wachst nicht mehr, du musst bezahlen, nur so was du immer, weil du zu blöd bist. Einfach mal ein bisschen Anstand zu bereisen. Nö. Dich ein bisschen pflegen. Anstand, das ist mein Anstand. In allem, was du, was du, was du abgibst. Ja. Ich kann mich auch nicht ständig beklauen. Deine Fische werden fast verreckt. Müscht man das auch mal für die Nachwelt festhalten? Die armen Fische, die kannst du ja auch nicht mehr sehen, denn der trägt Klörre. Genauso eklig wie dein Bier, was du immer seufst. Wie dein Willen, so stinkst du, wie siehst du aus. Und das ist wahr. Weil ich seh's mit meinen eigenen Augen. Und ich hab die Zeugen und er hat so eine Sonnebrille auch voll. Der kennt sich um. Na? Alles klar? Ein junger sitzt ja neben dir. Ein jüngerer Bruder. Du kannst ein älterer Onkel sein. Ein älterer Bruder. Was willst du nicht? Fangen wir dich an den Heiligen Grad schon durch. Ich hab dir schon erzählt, was es ist. Ja. Und wachst den Scheiß raus. Der raus soll. Ins Milchkäntchen. Milch verweigerst du doch schon von Natur aus. Ist doch sehr gut. Also, mach was Neues rein. Vorher war ja Kaffee und Milch drin. Jetzt trinkst du deinen Kaffee. Dann stellst du dein Bier und rufst dir immer schön Blätter. Tee. Kaufst du auf dem Reich für 10,50. Made in Austria. Was ist das? So ist das doch. Was ist das Wahrheit? Ich möchte jetzt. Ich spende dir was hier mal bereit. Ich weiß, das hast du schon mal gehabt. Also. Ich hab mein Flach. Probier mal. Also. Ich hab mich. Was ist das? Boah. Was ist das? Hi. Deine Pisse spricht ja fürchterlich. Wie? Also sowas hab ich bei mir echt. Ähm. Nur an äußersten. Das Kristallpuss. Das Kristallpuss. Das Kristallpuss. Ich geb dir mal meine zum Kasten. Wenn du deine schon erträgst und das schlugst das Zeug. Ja dann wirst du doch meins. Frontuell war's auch noch genießen. Ehrlich. Wie gut denn da? Die Dateronschürze. Die ist nämlich normalerweise. Ein bisschen. Ja. Ja. So. Ein bisschen alleine hier. Die Dateronschürze. Wurde hier gekürzt. Bin aber voller Würze. Damit nämlich die normale Frau. Das kann man doch nicht machen. Die Kleidung. Gerhard. Ich stell mich jetzt. Du kennst meinen Arsch. Du wirst mich nackig sehen. Also ich stell mich auf. Wir machen FKK. Ist zur DDR. Und DDR. In der DDR ist das normal. Ja. Gell? Und äh. Du musst es ja nicht sehen. Aber er kannst nicht sehen. Ich will das nicht. Ne du wirst es nicht sehen. Nein du wirst es nicht sehen. Du bist noch nicht eingeweiht. Und er hat das schon erlebt. Richtig. Nein das machst du jetzt nicht. Wir machen ja keinen Müll.